So, hallo liebe Freunde, ihr wisst ja, Holz kippt bekanntlich mehrfach warm. Einmal beim Holz sägen, dann beim Spalten. Bei mir ist das nicht mehr so, denn ich habe ab heute einmal einen neuen Holzspalter. Ein Vatica ASP4N, Spaltkraft 4 Tonnen und, ganz wichtig für die Sicherheitsfanatiker, mit Zwei-Hand-Modellung. Ausreichend hohe Fahrgeschwindigkeit. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal live an. So, ich denke mal, das war schon ganz brauchbar für diesen Platz hier. Einmal von der anderen Seite. Wir sehen auch, der Rücklauf geht zügig, das heißt, man kann ganz flott spalten damit. Insgesamt, tolles Gerät, Profiware.